So Leute, willkommen zurück zu LibGitX und Spieleprogrammierung in Java. Heute geht es um diesen Call hier. Wir haben nämlich hier eine Skin definiert, die Skin heißt und sich eine UiSkin.json lädt. So, was zur Hölle ist das und wie bin ich da dran gekommen? Naja, ganz easy. Wenn ihr unter LibGitX, also auf dem GitHub-Link LibGitX, LibGitX, Tree Master Extensions, LibGitX Tools, Assets, hier reinguckt, dann seht ihr hier, dass eine Default-Font da ist. Die braucht ihr. Default.png braucht ihr hier unten UiSkin.png, UiSkin.json und UiSkin.atlas. So, jetzt erkläre ich euch, was die Dinger tun. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Wo sind meine Bilder hin? Da sind sie, wunderbar. Okay, Default.png. Default.png ist einfach nur eure Schriftart. Ihr könnt ja mal genauer hingucken. Das sind einfach ein paar Buchstaben hier und je nachdem, wo sie sich befinden, definieren sie halt einen anderen Buchstaben. Außenrum ist, ja, unsichtbar bzw. Transparenz und einen kleinen Schatten gibt es auch noch. Ist im Prinzip nichts Besonderes. Das hier ist die Schrift-Font dazu sozusagen. Hier wird immer definiert, von wo bis wo ist denn dieser Char, also dieser Charakter. Von wo bis wo befindet sich der in eurer PNG. Also quasi die einfachste Form von einer Schriftart, wo einfach hier definiert wird, wie der Buchstabe aussieht. Und hier definiert wird, wo in dem Bild ist dieser Buchstabe. Okay, dazu, äh, das ist das eben die Schriftart. Ähm, ja, die UiSkin.png liefert euch gleichzeitig auch nochmal eine Schriftart. Und hier ein paar Icons, also solche Dinger hier. Ein Pfeil nach unten, so ein Kästchen, ein Kreis, ein ganz komisches Kästchen, eine Scrollbar und solche Dinger hier eben. Sogar in Rot war es eine Checkbox, ein Plus und ein Minus. Also so Sachen eben. Und gleichzeitig noch eine Schriftart. Das wird über die UiSkin.atlas und die UiSkin.json geregelt. Die UiSkin.atlas definiert uns zum Beispiel Default oder Default Window oder Default Select oder Default Round Large oder Scroll oder Slider Knob oder Round Down oder generell Round Check Off. Also leeres Checkbox-Feld, Check-On, volles Checkbox-Feld, Text-Field. Die ganzen Sachen werden hier drin definiert. Ähm, die habe ich wie gesagt alle von dieser Seite hier runtergeladen. Ihr könnt die natürlich auch selber machen, ist aber mega Aufwand. Ich würde euch da eher empfehlen, diese PNG-Datei leicht zu verändern und vorsichtig zu verändern. Und dann eben da drüber das Ganze zu machen. Also zum Beispiel einfärben sollte hier kein Problem sein, wenn ihr es lieber in einer anderen Farbe hättet. Oder, ähm, dann die beiden Dinger zusammen runterzuladen. Okay, UiSkin.atlas hatten wir gerade. UiSkin.json ist ein bisschen anders. Die definiert uns nämlich, was da so benutzt werden soll. Und zwar tatsächlich in eurem Game drin. Und zwar als Bitmap-Font, also Schriftart, als Standard-Schriftart, soll die Default.fnt benutzt werden. Warum zeige ich euch das? Ihr könnt es natürlich auch verändern. Das heißt, ihr müsst hier nicht Default.fnt benutzen, sondern ihr könnt auch eine andere Schriftart benutzen. Ähm, hier werden ein paar Farben definiert, also Grün, Weiß, Rot und Schwarz, wie sie aussehen sollen. Ähm, nicht durchsichtig, alle vier nicht. Und dann halt Grün hat bei Grün eine Eins, also Voll. Weiß hat bei allem eine Eins, wie man es halt erwarten würde. Rot bei Rot und Schwarz hat überall eine Null. Ja, ist nicht sonderlich viel, aber hier brauchen wir zum Beispiel jetzt Weiß. So soll der Dialog aussehen und so soll der Button hier aussehen. Also Default bedeutet, so sieht der Button aus, wenn man nichts macht. Und Toggle bedeutet, so sieht der Button aus, wenn ich ihn runterdrücke, also wenn ich gerade draufklicke. Da gibt es immer zwei. Bei Textbuttons ist natürlich genau dasselbe, nur dass wir halt noch einen Text drauf haben. Das heißt, wir brauchen hier gleichzeitig noch eine Schriftart, also Font, Default, Font. Und Font Color brauchen wir hier auch noch. Die könnt ihr übrigens dann natürlich auch ändern. Ja, ähm, Toggle haben wir natürlich auch wieder. Ähm, genau. Das ist eigentlich auch schon das Wichtigste. Also hier könnt ihr gerne mal durchgucken, was ihr hier so findet. Und dann könnt ihr das anpassen, falls ihr sowas braucht. Und wie gesagt, einfach aufrufen, indem ihr das hier macht. Wie gesagt, ihr bekommt sie hierher und könnt sie so einfach benutzen. Alles kein Problem, oder? Also ziemlich cool. Und ja, das war es von meiner Seite eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Nächstes Mal geht es tatsächlich um das Networking. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.